Es ist der 26. April 2002 Über Erd wird sie in dunklen Wolken auf In der Wattungsstrasse 40 erwacht ein jünger Mann Der weiß, dass wir den Tag nicht überleben Fast 13 Grad seit das Außenthermometer Steine zerbacken seine Sachen zusammen Heute ist der Tag der Abitur Prüfung Heute ist Zeit für den Untergang Nur noch ein paar Stunden, bis das Graue beginnt Steine durchdenkt, machen mal seinen Plan Man hatte ihn vor kurzem der Schule verwiesen Nun wird er ihnen zeigen, was er leistet Oh, was ist möglich? Mein Zeichenfühlverein An dunklen Gewalt Machte er seinen Waffenschein Besuchte sich Eine 9mm-Persone Eine große Zeier Soll sein Rache im Werkzeug sein Züge und Läuße Autosstraße 40 Steine äußert Seine Stofftasche repariert In ihr hat er 550 Schuss von Munition Alle neben Amanteuren seine Waffen Züge und Läuße Züge und Läuße Züge und Läuße Robert verlässt das selten Haus Die Autosstraße hoch Am Ärztehaus links Von Bayern Justizgebäude Bis zum Hugo-Projektplatz Er braucht 13 Minuten Bis er das Gymnasium erreicht Pflicht 10.58 Uhr Die både hier öffnet sich Beheor PER forums getritt Ein junger Mann Wie die Uniform Seine Waffe ist geladen, sein Blick ist stark Und wenn nichts wird, besser sein, wie es gestern noch war Seine Rache beginnt im Secretariat, wir finden Steinholzer Seinen ersten Opfer, über 40 Tugeln, wenn wir noch abgehen Hier zieht den Arsch es hin, beendet sechzehne Leben Klack, die kleine Klack, sie liegt fest in seiner Hand Klack, die kleine Klack, mit ihr verübt er seine Wahnsinns ab Bis er sich das Sie selbst gerichtet hat Zehn Lehrer, eine Sekretär in seinen Schülern, letztlich ein Palizist Sechzehn Menschen töten, Bankschneidfrasse, bis er sitzt auf der Nummer 17 ist 11.16 Uhr, alles Ende verbrannt Steu die Rechte Zitzels, im Fahrbereitungsraum Er schütze sich in die Schülern, unser Willi Er mit seinem Rachentraum, den alten Fragen der Hinterblieben Entzieht er sich aus diesen feigen Tat Was hättest du all denen geantwortet? Denen blieben nur die Tränen am Grau Denen blieben nur die Tränen am Grau Denen blieben nur die Tränen am Grau Siebzehn Kerzen, blau der Landung Als Zeichen der Trauer einer ganzen Nation Siebzehn Menschen starben Durch Erfurt's schlimmsten Sonn Siebzehn Kerzen, blau der Landung Und erobacht, du warst einen Anfang Siebzehn Menschen starben Für deine zehn Minuten Lohn Siebzehn Kerzen, blau der Landung Siebzehn Menschen starben Für deine zehn Minuten Lohn Für deine zehn Minuten Lohn Siebzehn Mensch, blau der Landung Zuhöf improve Untertitelung des ZDF, 2020